Mit dem Sensor Seasamy von eTab wird der Einkauf für Ihre Kunden noch komfortabler und für Sie noch sicherer. In der Self-Checkout-Zone erfassen Ihre Kunden, wie sie es von modernen POS gewohnt sind, ihre Waren und zahlen diese. Jetzt kommt Seasamy ins Spiel. Der Sensor an der Decke erfasst den Kunden. Geht dieser zum Ausgang, öffnet sich das Gate ganz automatisch. Befinden sich mehrere Personen, die zusammengehören am POS in der Self-Checkout-Zone, erhalten beide vom Sensor den Status bezahlt. Verlassen diese nun getrennt das Geschäft, ist auch dies kein Problem für Seasamy. Auch die zweite Person bleibt erfasst und kann problemlos das Geschäft verlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017